Wir können jeden Tag etwas verpassen, wenn wir nicht zum Go-Up gehen. Mäntig, Zistig, Mittwoch, Donnstig, Freitig, Samstag, Sonntag. Es wäre doch wirklich schade, wenn man nicht jeden Tag eine der fruchtigen Midi-Confitüren ausprobieren würde. Midi. Viel Frucht, viel Abwechslung, viel Genuss. Und es geht gerade weiter mit einem traumhaften Aktionsangebot. Ein Beutel Achni-Prucien gibt es morgen bei Go-Up für nur 3,40 €. Also, lieber nicht verpassen und morgen zum Go-Up.